So, wir sind jetzt ohne Autopilot unterwegs. Wir lassen das Steuerrad einfach los und schauen, was passiert. Es passiert gar nichts. Wir probieren es hier nochmal. Wir lassen das Steuerrad los. Es passiert wieder gar nichts. Probieren wir es hier nochmal. Jetzt funktioniert es. Wir probieren es nochmal. Ich denke, er rückt mich rein in die Spur. Er sagt, ich soll die Steuer übernehmen. Jetzt haben wir es mehrmals hintereinander probiert. Er rückt mich immer wieder zurück in die Spur. Vor allem die Steuerrad nicht an. Ja, ist gut. Nach dem 5. Mal rückt ihr die Warmblinker rein. So, Peace. So, das wäre es gewesen für dieses Jahr mit YouTube. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche allen einen guten Rutsch. Kommt gut hier im 2020. Und fährt sicher. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.